In einem Moment, der das mit Stars besetzte Publikum bei den Tony Awards 2024 verblüffte, sorgte Angelina Jolie weltweit für Schlagzeilen, indem sie Meghan Markle auf der Bühne eine Ohrfeige gab. Der schockierende Vorfall ereignete sich, nachdem Jolie Markle beschuldigte, ihre Tochter Vivian gemobbt zu haben. Dieses dramatische Ereignis hat einen Feuersturm der Kontroversen entfacht und die Meinungen über die Taten beider Frauen stark gespalten. Die Tony Awards, die dafür bekannt sind, das Beste vom Brotweh zu würdigen, nahmen eine unerwartete Wendung, als Angelina Jolie, eine Moderatorin des Abends, Meghan Markle zur Rede stellte. Markle, der zur Unterstützung eines Freundes und Brotweh-Moguls anwesend war, wurde überrascht, als Jolie auf die Bühne marschierte und ihm eine Ohrfeige verpasste, die weltweites Echo hervorrief. Zeugen beschrieben die Szene als chaotisch, wobei Jolie sichtlich aufgeregt war, während sie Markle beschuldigte, ihre Tochter misshandelt zu haben. Der Sicherheitsdienst griff schnell ein und ermöglichte die Fortsetzung der Show, doch der Vorfall wirft erhebliche Fragen zur Dynamik zwischen diesen beiden hochkarätigen Persönlichkeiten auf. Quellen aus dem Umfeld von Jolie enthüllten, dass die Schauspielerin insgeheim ihre Frustration über Markle's inakzeptables Verhalten gegenüber ihrer 15-jährigen Tochter Vivian hegte. Details bleiben spärlich, aber Insider vermuten, dass die Mobbing-Vorwürfe auf Vorfälle während einer Wohltätigkeitsveranstaltung zurückzuführen sind, an der beide Familien letztes Jahr teilgenommen haben. Vivian, die sich gemeinsam mit ihrer Mutter aktiv an philanthropischen Aktivitäten beteiligt, soll Jolie anvertraut haben, dass sie sich von Markle angegriffen und misshandelt gefühlt habe. Die Einzelheiten dieser Anschuldigungen wurden nicht vollständig bekannt gegeben, aber der Ernst der Lage veranlasste Jolie, ihre Beschwerden auf beispiellose Weise öffentlich anzusprechen. Meghan Markle hat noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall angegeben. Ihr nahestehende Quellen bestritten die Vorwürfe jedoch vehement und wiesen sie als unbegründet und diffamierend zurück. Markles Unterstützer argumentieren, dass Jolies Handlungen angesichts ihres Startes als gefeierte Schauspielerin und Menschenfreundin unprofessionell und ungerechtfertigt waren. Die Herzogin von Sussex, die öffentliche Aufmerksamkeit gewohnt ist, steht erneut im Mittelpunkt der Medienaufmerksamkeit. Markles Kritiker nutzten den Vorfall, um sie weiter zu kritisieren, während ihre Anhänger sich zusammenschlossen, um ihren Charakter zu verteidigen, und Jolies Handlungen als übertrieben und dramatisch bezeichneten. Die öffentliche Reaktion war schnell und polarisiert, und auf den Social-Media-Plattformen wimmelt es von Kommentaren unter Hashtags Jolies Markle und Tony Awards Drama. Unterstützer von Jolie loben sie dafür, dass sie sich gegen vermeintliche Ungerechtigkeit wehrt, während Kritiker den Vorfall als schädliches Spektakel betrachten, das von persönlichen Rachefellzügen angeheizt wird. Dieser Vorfall wirft nicht nur Fragen zum Verhalten von Prominenten auf, sondern unterstreicht auch die intensive Beobachtung, der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ausgesetzt sind. Die ohnehin schon von Spannungen und Rivalitäten geprägte Unterhaltungsindustrie wurde durch diese öffentliche Auseinandersetzung noch stärker angeheizt. Einige interpretieren Jolies Handlungen als den Instinkt einer Mutter, ihr Kind zu beschützen, während andere es als rücksichtslos und schädlich verurteilen. Sollten sich die Mobbing-Vorwürfe als wahr erweisen, könnten sie schwerwiegende Folgen für Makel haben, dessen öffentliches Image im Laufe der Jahre einer strengen Prüfung unterzogen wurde. Wenn die Behauptungen hingegen widerlegt oder übertrieben sind, könnte Jolie mit Gegenreaktionen rechnen, weil sie auf körperliche Konfrontation zurückgreift, anstatt das Problem privat anzusprechen.